Die letzten zehn Minuten wollte ich weiter spielen. Er wollte weiter die Tore machen, weil ich habe ihm sechs und er hat nur zwei gemacht. Enttäuscht? Ja, bin ich enttäuscht, klar. Die Arbeit von Viktor ist natürlich sehr wichtig, aber auch Thorsten spielt eine wichtige Rolle und auch das ganze Trainerteam. Ich denke, wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft. Wir sind eine junge Mannschaft, also eher jünger als erfahren, aber das spielt keine Rolle, denn wir passen sehr gut zusammen. Und ja, eigentlich sehr zufrieden, dass das auch alles so klappt, wie der Trainer sich das wünscht und das ist das Wichtige. Ich glaube, für jede Mannschaft wäre es extrem wichtig, so einen in der Reihe zu haben. Und für uns ist es ganz, ganz wichtig, weil du dann einfach in so einer schwierigen Phase in dein Spiel einfach in Führung gehst. Und es gibt da dann zusätzliches Selbstvertrauen und man hat, glaube ich, dann gemerkt, dass wir Sicherheit gekriegt haben. Es war ein super tolles Gefühl. Geile Stimmung, geil dieses Vertrauen zu bekommen. Ich freue mich unglaublich, dass ich spielen durfte, dass wir gewonnen haben. Ich glaube, es geht jetzt nur nach vorne.